Das ist doch üblich jetzt, aber ich bin hier noch zu weit. Das ist wirklich nicht selbstverständlich, die Wahrheit. Nicht, ich allein. Ich sage ja nicht, wie es sich ergeben hat, aber keine Selbstverständlichkeit. Und ich denke mal, auch Sie werden Botschafter sein zu dem, was Sie jetzt gerade erleben werden. Und ich freue mich ganz besonders, dass Ulrike Loch unter uns ist und uns führen wird, für eine gewisse Stunde gleich. Ulrike Loch ist die Marketingmanagerin der Gedanktaufstellung. Und sie wird wirklich alles tun, um sie einzuführen in die Geheimnisse, in die Erstehung und danach letztendlich in die Präsentation der Ausstellung. Und wenn man da genauer hinguckt, ist das alles nicht so selbstverständlich. Wir sehen zwar das Produkt nicht gewusst, aber wenn man gesehen hat, was da vorher gelassen ist, können Sie, dass das Urteil wird produzieren. Herzlich willkommen, Sie ist grüßt. So, endlich, endlich. Dann komm ich doch endlich mal rein auf vorne. Hier, das Läden, das ist ein Zeiger. Vielleicht gibt es mir nachher noch die Namen. So, ihr Lieben. Können wir mit einer mithalten? Und wir haben hier, die Leute… Und wir haben hier, was da gesagt. Ja, das ist genau so. Und wir haben hier noch raus. Und das ist genau, und wir haben hier… Frau Rohl, Frau Rohl! Eigentlich ist das ja unser Bruder. Das ist ja so. 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 Das ist ja so.